Musik Hier ist Frank Zander in seiner neuen Rolle als Mega-Mover. Frank Zander mit Absolut Gut. Hier ist er! Applaus Mega-Mover Wir sind die Rapper-Snipper, hey komm mach bei uns mit. Wir sind die Absoluten, Folter und super fit. Wir sind die Groovy-Mover, Mädels steig mit ein. Du, das Rapper, mach mir den Rapper und tanzt den Vorkenstrahl. Verscheuch die Lamm-Limmer, wir stehen auf dem Zielhörner. Und bitte, sei auf der Hut, denn wir sind absolut gut. Wir sind absolut gut. Wir sind absolut gut. Wir sind absolut gut. Capito Mosquito? Wir sind Mega-Ripper, ein Lichtjahr vor der Zeit. Wer uns kennt, der kennt den Tritt und weiß total Bescheid. Läuft bei dir ne Vete, Kette, zieh dir doch die Freakies rein. Die bringen Sturm in deinen Turm. Robi, steig mit ein. Hast du gern zum Kuscheln mehr, nimm das alles nicht so schwer. Ruhig nun, vergiss den Gluten. Wir sind absolut gut. Wir sind absolut gut. Ja. Wir sind absolut gut. Er ist absolut gut. Hey everybody. Bamboo. Mega-Mula. Everybody in the house. Mega-Mula-Suppeltzeit. Ha 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 ha. Yeah. Snabity-rabbity duck. Beats nice. Beats nice. Vanilla ice. Everybody, everybody to the party. Can't touch this. Listen to MC Hammer. I hear. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. MC Hammer stop and go. Yeah, let's do this. Hey, hey. Killing leg. Dr. Alvin, you okay? Snacken, rappen ohne Ende. Setz dein Käppi dir zurecht. Hol die Schuhe aus der Truhe. Was hier abgeht, das ist echt. Do the hip and do the hop. Baby, das geht in den Kopf. Das macht gut und geht ins Blut. Denn wir sind absolut gut. Hey, hey, hey. Wir sind absolut gut. Ja, ja. Wir sind absolut gut. Gut gut. Hey, hey. Wir sind absolut gut. Hey everybody. Wir sind klasse. Nein. Wir sind Rap-Bot-Boys. Die Sample-Drums, die Sample-Boys. Nehmen wir total geklauen. Heist James Brown. Get up, baby. Get up, baby. Get up, baby. Das war der Alte. Danke. Danke, danke. Oh, danke. Danke, danke. Dankeschön. Wir sind absolut gut. Wir sind absolut gut. Wir sind absolut gut. Lassen. Nochmal. Zack, zack und wieder. Wir sind absolut gut. Wir sind gut. Das sind wir. Das bleiben wir. Absolut gut. Und nochmal. Dumm, 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 dumm. Wir sind ja so gut. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Jungs. Weg sind Sie. Vielen Dank, Felix. So. Das war's. Ein bisschen anstrengend. Wir sind älteren Herren. Und jetzt wie ein... Moment, Moment, Moment. Halten! Wilma! Hey, das war aber nicht verabredet. Was denn jetzt? Was? Wer? Äh, Herr Geschäftsführer. Was? Die finden den Peter nicht. Ist ja prima. Na toll. Finden den Peter nicht. Gut. Okay. Dann machen wir das. Gut. Wenn ihr wollt. Gut. Ah, was haben wir hier? Trompetennoten. Wer kann Trompete? Wer, ne? Also, äh. Na? Ha? Ach, du kannst spielen, natürlich. Ganz bestimmt. Ja? Sie können blasen. Nee, aber nicht. Du kannst, ja? Ah, ich weiß, du kannst blasen. Natürlich. Trombone. Wo haben wir denn hier noch jemanden, der so aussieht, als wenn er Trombone spielen könnte? Wo ist er denn hier? Du. Natürlich. Du musst. Kannst es. So. Weiter. Diese Schuhe. Diese Schuhe. So. Was brauchen wir jetzt? Würden Sie mal bitte Ihren Hintern heben. Ja? Sie da. Wir brauchen den Stuhl. Stuhl hier. So. Nicht, wir brauchen nicht Ihren Stuhl, sondern den Stuhl. Ich meine, diesen hier. So. Und hier auch. Ja. Wir haben alles. So, was hat er noch? Er hatte eine Ansage geschrieben. Na, vielen Dank. Also, es geht los. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, klingt gut. Sie erleben jetzt eine absolute Weltpremiere. Zwei talentierte, blutjunge, blutjunge, blitzgescheite Nachwuchskünstler präsentieren Ihnen, was? Präsentieren Ihnen das, worauf Sie schon lange gewartet haben. Jetzt bin ich gespannt. Erleben Sie Carsten. Warte, das ist der Speck. Richtig. Und Peter als bundesdeutsche Blues Brothers. Mal sehen, was passiert. Was? Wo? 1, 2, 3, 4.